So, guten Tag. Ah, ja, das ist ja schön, dass Sie kommen. Ja, eine akzidentielle Einklemmung. So, was ist denn genau passiert? Mein Wagen ist mal wieder verreckt. Also bin ich rechts rangefahren, hab den Motorhaube aufgemacht. Um zu schauen, was passiert ist, die ist runtergekracht. Ja, Halterung war verrostet. Verstehe. Ja, aber der Arme ist ja noch dran. Können Sie die Fingerchen bewegen? Mhm. Und hier zu zweit, ne? Ja. Das tut weh. Müssen wir schnell wieder kühlen. Mhm. Gut. Das Röntgenmerk gezeigt, dass Sie keine Fraktur haben, sondern nur eine leichte Prellung. Schmerzhaft wird es sein, ein bis zwei Wochen. Wenn Sie Schmerzmittel brauchen, gehen Sie zur Schwester vor. Die gibt Ihnen welche. Ja? Gut. Kann es sein, dass Ihnen der Kittel ein bisschen zu klein ist? Was? Ja, das kann sein. Gut. Gut. Dr. Kahnweiler. Was? A. Kahnweiler. A steht für? Ja. Andreas? Alexander. Aha. Frau? Meierling. Meierling. Anne Meierling. Aha. Dr. Kahnweiler. Ja. Das ist schön. Als ich Kahnweiler. Danke.